Ground & Pound TV Marc Bergmann vor Ort in Halle im La Familia Fight Club, dem Gewinner der Kickbox-Veranstaltung des Jahres 2013. Neben mir steht Matthias Weber, einer der Köpfe vom La Familia Fight Club. Und ja, Matthias, bevor wir jetzt weiterreden, möchte ich dir das gute Stück erst mal überreichen. Wie gerade gesagt, der Pokal für die Kickbox-Veranstaltung des Jahres habt ihr gewonnen, zum zweiten Mal in Folge schon. Ja, wie fühlst du dich denn damit? Ja, ich fühle mich natürlich sehr glücklich. Das bestätigt unsere gute Arbeit hier mit dem Fight Club durch unsere Partner. Wir haben da so viel Herzbruch dran gesteckt und da sind wir natürlich überglücklich, dass die Zuschauer uns wieder gewählt haben. Dankeschön. Ja, kann ich mir vorstellen, dass die Freude da groß ist. Ist eine Sache, die hat noch keiner vorher geschafft, dass man das zweimal in Folge gewinnt. Und ihr seid ja nun auch ein Veranstalter, der noch gar nicht so lange in der Szene dabei ist. Es war die vierte Veranstaltung im letzten Jahr. Die fünfte steht jetzt an und ihr habt euch da gegen große Veteranen auch durchgesetzt. Gegen die Veranstalterin Magdeburg-Laonda, gegen die Mixfight-Gala, gegen sehr, sehr viele etablierte Veranstalter. Wie ist das denn möglich? Wie viel Arbeit steckt dahinter, sowas zu erreichen und sowas zweimal hintereinander zu erreichen? Ja, das ist eine Menge Arbeit und Gratulation auch an die anderen Veranstaltungen. Wir versuchen hier in Deutschland den Kampfsport ein bisschen salonfähig zu machen. Das schaffen wir nur, indem uns die anderen Veranstalter immer pushen, indem wir uns da natürlich auch ein paar Ideen holen. Und wenn wir alle zusammenarbeiten, wird Deutschland in den nächsten Jahren, denke ich mal, eine große Kampfsport-Zukunft, auch zuschauertechnisch bevorstehen. Dafür geben wir unser Bestes. Wir sehen uns ein bisschen als Vorreiter auch für andere Veranstalter. Weil viele schauen auch, hey, was machen die in Halle? Und das macht uns schon sehr stolz. Und ohne unseren Riesenmitgliederstamm und unsere Fans könnten wir das gar nicht erreichen. Weil man kann eine Veranstaltung planen mit 3000 Mann. Und wenn dann aber 100 Mann kommen, dann hat man den Song. Wir haben super Sponsoren, super Partner, ohne die das nicht möglich ist. Da kann ich mich nur bedanken. Und ein Riesenteam, sehr viele Köpfe, die sich Gedanken machen das ganze Jahr über. Und dem gebührt dieser Award. Ja, danke schön. Ja, jetzt sagt man, wer rastet, der rostet. Und ihr rastet nicht. Die nächste Veranstaltung steht schon in den Startlöchern. Gibt es am kommenden Samstag, am 3. Mai, wieder hier in Halle. Nicht mehr dieselbe Location. Die hat unter dem Hochwasser im vergangenen Jahr gelitten. Diesmal in der Messe in Halle. Ist die fünfte La Familia Fight Night. Ja, erzähl uns doch dazu mal ein bisschen was. Was ist geplant? Was erwartet die Zuschauer? Ja, auch da, also wieder ganz, ganz viele Probleme. Wer rastet, der rostet. Also wir rosten wahrscheinlich nie. Wenn ich mal zur Ruhe komme, dann ist auch der Herzinfarkt da, sagen immer meine Freunde. Im letzten Jahr im Juni das Hochwasser hier in Halle. Die Eissporthalle betroffen. Und wir auch der Eishockeyverein. So haben wir auch so mit Problemen gehabt, eine neue Location zu finden. Haben uns für die Messehalle entschieden. Obwohl es ein finanzieller ganz, ganz großer Kraftakt ist. Ich hoffe, ihr kommt und unterstützt uns da. Weil wir brauchen wirklich jeden Zuschauer dort drin. Ich weiß, es ist ein bisschen außerhalb der alten Location. Aber wir haben es uns hier ausgesucht. Wir haben das Hochwasser nicht hervorgerufen. Kommt, unterstützt uns. Und da sind wir sehr dankbar drüber. Was erwartet denn die Zuschauer? Was habt ihr geplant? Wird ja sicherlich wieder einige Kämpfe geben. Und dafür sind ja die LaFamilieveranstaltungen auch immer so ein bisschen berühmt geworden eigentlich. Sicherlich auch wieder ein großes Entertainment-Paket. Ja, im letzten Jahr war es Viva Las Vegas. Sehr viel Licht. Sehr viel Show. Und dieses Jahr haben wir gesagt, Mensch, mal ein bisschen dunkel. Den Kampf im Vordergrund. Motto ist, es kann nur einen geben. Ganz nach Highlander Art. Sehr viel Schottland. Sehr viel Berge. Sehr viel harte Jungs. Und es kann halt nur einen geben. Also es wird sehr, sehr, sehr viel Kämpfe geben. Aber noch viel, viel, viel mehr Show rings um Schottland drum herum. Ja, kannst du schon ein paar Paarungen nennen für die Leute? Ich glaube, der Max Birkner wird ja einen Hauptkampf bestreiten. Ihr werdet auch MMA wieder im Programm haben. Dass du vielleicht mal so ein, zwei Sachen nennst für die Leute, dass die wissen, auf was sich einstellen können. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Marco Peké, der dann auch eine Woche hier das Training leitet. Marcin Bandel, unser riesen MMA-Star, der in Chicago ist jetzt seit einem halben Jahr, sich dort vorbereitet. Vorher ein Jahr lang in Halle war. Der Max Birkner, Leo Böninger, Chris Bayer, der das Turnier gewonnen hat bei der COG. Eine riesengroße Veranstaltung in Magdeburg. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen aufhören soll. Also wirklich Paarungen. Hakan Killing, der vor uns ja unseren Daniel Zeuner so stark besiegt hat. Den wollen wir dieses Jahr wieder bei uns sehen. Ja, also wirklich riesige Paarungen bei uns. Und das Konzept ist so ein bisschen, oder es ist ja ein Konzept auch dahinter, muss man sagen. Es kann nur einen geben. Heißt, ihr habt auch sehr viele Rückkämpfe auf der Karte, ne? Ja, wie zum Beispiel unser Jean Kalmbach gegen Waldemar Wiebe. Die hatten einen Stand vor zwei Jahren gegenüber. Es war ein knapper 2 zu 1 Sieg für Waldemar. Wir haben jetzt schon ganz, ganz, ganz gut drauf vorbereitet. Der Jean ist wirklich, denke ich, in der Form seines Lebens. Und wir hoffen, es kann nur einen geben. Den Kampf holen wir uns zurück. Genauso Max gegen Waldemar. Den Kampf habe ich im letzten Jahr sehr emotionsvoll für uns gesehen. Die Wertung war leider gegen uns. Wie immer man das sehen mag, in diesem Jahr können wir es besser machen. Ich hoffe, das tun wir. So, dann denke ich mal, habt ihr jetzt eigentlich nur die Veranstaltung erstmal im Kopf. Aber ich glaube, es wird in diesem Jahr auch noch eine weitere geben. Habe ich zumindest Leuten hören. Sag doch dazu nochmal noch ein bisschen was. Ja, vielleicht sogar ein oder zwei. Der Jean macht im September in Saalfeld seine Veranstaltung. Wir wollen langsam Richtung Erfurt ziehen. Wir schauen mal, was da möglich ist. Weil wir stecken völlig in den Vorbereitungen. Wir eröffnen hier in Halle ein Riesenstudio. Wie man sieht, hier bauen wir gerade ab. Wir haben uns ein tolles Wochenende ausgesucht. Umbau, Abbau, neues Studio und Gala. Es soll nicht langweilig werden. Da sprichst du es an. Und das ist schon eine ganze Weile im Gespräch. Ihr habt euch ein neues Studio gesucht. Das alte ist zu klein geworden für euch. Jetzt habt ihr ein größeres, ein neues. Erzähl doch mal dazu. Wo wird das sein? Was wird es da geben? Und wann wird das denn eröffnen? Na, also ich will nicht größenwahnsinnig werden. Das alte war top. Allerdings entsteht hier ein Edeka-Neu-Center. Wir mussten raus. Der Mietvertrag wurde aufgekündigt. Somit blieb uns nichts anderes übrig, uns nach dem Gebäude umzusehen. Das taten wir. Haben ein optimales Objekt gefunden. Über 1000 Quadratmeter. Wo wir uns mit Sauna, mit Poldance, mit Wellness uns austoben können. Und den Sport noch weiter voranbringen können. Unsere Partner haben uns das ermöglicht. Das ist in der Freienfelder Straße 80. Und ab 5.5. kann dort trainiert werden. Und am 10. Mai machen wir eine riesen Eröffnungsfeier mit riesen Topstars. Lasst euch überraschen. Das ist doch ein Wort, Matze. Und für alle Leute aus Halle und Umgebung oder vielleicht auch von weiter her. Ihr könnt ja am 10. Mai einfach mal dort vorbeischauen. Ich denke, das wird so ein bisschen Tag der offenen Tür mäßig auch sein. Und euch mal das Studio anschauen. Ich denke, da ist einiges geplant. Ja, hier wird abgebaut noch fleißig. Die Jungs haben einiges vor. Umzug, Veranstaltungen. Und dann wollen wir euch nicht länger aufhalten. In diesem Sinne besten Dank. Und ja, feiert den Award noch schön. Danke, Marc. Danke, Ground to Pound. Und danke, Fans da draußen. Vielen Dank. Tschüss. 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 Tschüss.